Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 21. Oktober Der Kerkermeister war zitternd und fiel Paulus und Silas zu den Füßen und führte sie heraus und sprach Liebe Herren, was soll ich tun, dass ich selig werde? Apostelgeschichte 16, Vers 29 und 30 Nein, ein sehr angenehmer Mann war der Kerkermeister in der Stadt Philippi nicht. Er war das, was wir einen Radfahrer nennen. Nach oben einen krummen Rücken und nach unten treten. Die Zeugen Jesu, Paulus und Silas lernten ihn zu kennen. Sie gehörten zu den Getretenen und sie bekamen seine Rohheit gegen Hilflose zu spüren. Aber seien wir doch überzeugt, dass dieser Mann gar nicht ein außergewöhnlich übles Exemplar Mensch war. Wir alle tragen solche Züge in unserem Wesen. Die Bibel sagt, dass Menschen herzerböse und erlösungsbedürftig. Eins jedoch ist bei diesem Kerkermeister bewundernswert. Er begriff sofort, dass der heilige Geist in sein Leben eingriff. In der Nacht geschah ein Erdbeben und sprengte die Türen auf. Nun konnten Paulus und Silas gehen. Aber der Kerkermeister sah mit Staunen und Entsetzen. Die beiden sind nicht geflohen. Sie sitzen still und warten, was Gott tun will. Blitzartig hat er begriffen. Jetzt will dieser Gott mit mir Gericht halten. Verdient habe ich es. So fragt er genau richtig. Was soll ich tun, dass ich selig werde? Haben wir auch solch eine schnelle Auffassungsgabe, wenn Gott in überfließender Güte oder im Gericht mit uns reden will? In der Bibel heißt es einmal, Israel hat eine harte Stirn. Ob das nicht auf uns passt? Oder im Psalmbuch steht das Wort, ihr Herz ist dick wie Schmier. So war es bei dem Kerkermeister nicht. Und darum konnte der Herr alles neu machen bei ihm. Herr, gib uns offene Ohren und ein Herz, das für dich bereit ist. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Amen. 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 �oko. Vielen Dank.